Warten auf Antwort. Worauf die Affen warten. Warten auf Bojangles. Warten aufs Leben. Warten auf Godot. Und worauf warten Sie? Heute bestellen, morgen lesen. morava.at, die österreichische Online-Buchhandlung. Ja, wir begrüßen euch alle sehr herzlich, die Anna und ich. Die Anna Dangel kenne ich, seit sie 16 Jahre alt ist. Jetzt ist sie auch schon 30 und sie ist eine sehr begabte junge Schauspielerin und so auch eine Art Enkeltochter, würde ich sagen. Wir präsentieren hier heute ein Hörbuch. Und ich muss dazu sagen, da ist sie ja meine Verlagsleiterin. Ich bin sehr dankbar, dass zu meinem 80er der Residenzverlag erstens einmal diesen schönen Schuber gemacht hat. Ich habe was über für so Schuber, wo gleich drei Bürgeln so schön drin sind. Das ist wunderschön. Da bin ich sehr stolz. Danke, liebe Claudia. Und den Roman Gegenüber, den haben wir als Hörbuch aufgenommen. Handelt ja davon, dass eine 80-jährige Frau, wie ich begonnen habe, das Buch zu schreiben, war ich noch nicht 80, aber es kam auf mich zu und ihre Nachbarin gegenüber, eine junge Frau, dass die zwei in ein Gespräch geraten. Das ist eigentlich so in groben Zügen gesagt Inhalt dieses Buches. Und wir haben das von zwei wunderbar aufmerksamen Menschen begleitet aufgenommen. Ich möchte da sagen, wo ist, ist der Robin da? Ja, hier. Der Tonmeister Robin Gillard hat das wirklich in meiner Küche zu Hause, um diese Atmosphäre der Nähe und des Häuslichseins da. Also wir zwar sind gesessen, so, in meiner kleinen Küche und nebenan und Regie geführt hat, die Frau Isabella Suppans, die auch da ist. Und die zwei haben natürlich nach den Aufnahmen wirklich gemeinsam eine Riesenarbeit gehabt, weil jeder Schnalzer, jeder Schlucker, jeder... Also um das alles, um dieses Hörbuch wirklich sauber zu putzen. Wenn man das... Es ist eine... Wie heißt diese CD? MP3? MP3. MP3. Aber es dauert über sieben Stunden, das Ganze. Also man kann eine lange Autofahrt vielleicht sich auf diese Weise würzen. und ich glaube, somit habe ich alles gesagt, was dazu gehört. Und wir haben uns zwei Szenen vorgenommen, vorzulesen. Es ist ein bisschen so, ich habe sowohl den Part der Erzählerin, als auch der Gedanken, als auch des Dialoges. Also wir haben uns das wunderbar eingestrichen. Kann sein, dass hier jetzt in der Spontanität... Irgendwann nicht passt. Also wir fangen jetzt auf Seite 61 an, Anna. Ja? Und ich fange an mit einem Klingelton, der nicht erfolgt. Also ihr müsst euch vorstellen, es hat geklingelt an der Wohnungstür. Du liebe Zeit, das ist der angekündigte Besuch von Linda Krutisch. Sie wollte ja gegen Abend noch einmal vorbeikommen. Und ich hatte eigentlich vor, ihr nicht mehr zu öffnen. Was mache ich jetzt? Naja, sowieso müsste ich aufstehen, warum also nicht dieses nervtötende Klingeln beenden, indem ich zur Tür gehe und der besorgten Linda sage, dass mir nichts mehr fehlt. Dass mir nichts mehr fehlt. Was für ein Satz. Alles fehlt. Das Leben fehlt. Aufspringen, laufen, Umarmungen, Atem, Wärme, ein anderer Körper, eine andere Haut, Ideen, Elan und vor allem Freude. All das fehlt. Ich tappe jetzt langsam von den Ängsten eines Traumes gerädert durch eine einsame Wohnung und werde einer mildtätigen Nachbarin die Tür öffnen. Endlich. Ich laufe schon so lang. Geht's Ihnen wieder schlecht? Fehlt Ihnen wieder was? Nein, mir fehlt nichts mehr, Linda. Ich bin am Sofa eingeschlafen, mein Nachmittagsschlaf. Es ist aber schon Abend. Ich habe ehrlich nicht geahnt, dass Sie... Egal, egal, schlafen kann jemand wie ich ja zu jeder Zeit und immer. Darf ich hereinkommen? Ich habe Ihnen nämlich etwas Gutes mitgebracht. Bitte nicht. Nicht hereinkommen und mir nichts Gutes mitbringen. Was denn? Linsensuppe. Darf ich? Ich habe heute in Helmut Linsensuppe gemacht. Die mag ja, und ich mache sie trotzdem selten, weil es umständlich ist. Das Rezept ist nämlich sehr speziell von seiner Großmutter. Man braucht allerhand Kräuter dazu und Gewürze, seltene. Die muss ich dann am Markt finden. Auch eine besondere Wurst gehört hinein. Eine aus Pferdefleisch. Aber angeblich weckt die Suppe Tote auf... Sagt man... Also, das meine ich jetzt nicht so. Warum nicht? Dass Sie mich heute sowieso schon von den Toten erweckt haben, soll Ihre Suppe ruhig weitermachen. Also, so arg war es bei Ihnen wirklich noch nicht. Es kann alles noch werden. Jetzt hören Sie aber auf. Sie haben ein schönes Gewand an. Sieht man selten so ein schönes weites Hausgewand. Wo haben Sie das gekauft? Die Männer tragen solche Gewände in Afrika. In der Sahara. Man nennt sie Dara. Dort haben Sie das Heer? Ja. Waren Sie öfter in Afrika? Mehrmals, ja. Ach ja, Ihr Patensohn ist ja von dort, haben Sie mir gesagt. Jetzt auch? Ist er jetzt auch in Afrika? Ja, jetzt auch. Lebt er dort? Ja. In welchem Land denn? Ich kenne mich zwar nicht aus mit den Ländern in Afrika. West-Sahara heißt das Land, aus dem er stammt, aber er arbeitet in Flüchtlingscamps in der algerischen Wüste. Warum in Flüchtlingscamps? Es ist alles viel zu kompliziert, Linda. Lassen wir es lieber. Henriette fühlte, wie eine gewisse schwere Müdigkeit sie überkam, die jedes Gespräch über diese vertragte politische Situation dort bei ihr auslöste. Jetzt kein Wort mehr darüber. Nicht umsonst hatte sie aufgehört, den Konflikt West-Sahara-Marokko zu bereden. Sogar mit Malou tat sie es lieber nicht. Allzu hoffnungslos erschien ihr die Lage. Und vieles dort machte ihr Angst. Malou's wegen. Henriette setzte sich an den Küchentisch. Linda hatte inzwischen die Suppe in zwei Teller geleert, stellte sie vor Henriette ab, holte Löffel aus der Schublade, setzte sich ebenfalls und zog einen der Teller zu sich her. Sie fragt nicht einmal mehr, ob mir das recht ist. Es ist Ihnen doch recht, dass ich mit Ihnen Suppe esse? Also doch. Aufpassen. Noch heiß. Ja. Beide begannen vorsichtig zu essen. Sie bliesen anfangs auf die vollen Löffel, schlürften sie achtsam aus. Aber Henriette merkte bald, dass diese Linsensuppe ihr ausgezeichnet mundet. Schmeckt es? Mhm. Ich verstehe gut, Linda, dass ihr Mann diese Suppe mag. Ein Bier hätte gut dazu gepasst. Du, ich glaube, ich habe noch Bier im Kühlschrank. Wollen Sie ein Glas? Ja, warum eigentlich nicht? Also das finde ich absolut prima nach diesem Tag. Und nach dieser Nacht? Wie erstaunlich. Brost. Beide tranken. Herr Rette fiel auf, dass sie schon lange nicht mehr Bier getrunken hatte. Sie gönnte sich meist nur ein Glas Rotwein. Aber Malut liebte Bier. Und im Gedanken an ihn bewahrte sie immer einen Vorrat Bierdosen im Kühlschrank auf. Ach, so ein erster Schluck Bier. Herr Rette, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Jetzt müsste sie rülpsen. Das gelingt nicht immer. Verzeihung, geht nicht anders. Ist schon gut. Darf ich Sie trotzdem noch mal was fragen? Was denn? Bitte jetzt nicht nach den Camps. Die Sache mit den Flüchtlingscamps. Muss das sein? Ja, gar nichts muss. Nur, wieso ist Ihr Patensohn bei Flüchtlingen in der Wüste und nicht hier bei Ihnen? Das wäre meine Frage gewesen. Aber wenn Sie lieber nicht... Schauen Sie, Linda, ich war vor Jahren mit einem Filmteam in Algerien in eben diesen Camps, in denen Menschen leben, die während eines Krieges mit Marokko aus dem Nachbarland Westsahara dorthin geflüchtet sind. Ich habe Malut als kleinen Jungen kennengelernt, als er gerade seine Großmutter verloren hatte. Waren Sie eine Schauspielerin? Wieso das denn? Na, weil Sie sagten, mit einem Filmteam in Algerien gewesen zu sein, dachte ich... Nein, nein, ich war dabei, weil ich den Film dann geschnitten habe. Was haben Sie? Achso. Also, ich habe das, was der Regisseur aufgenommen hat, später aneinandergereiht. Das nennt man Cutten. Auf Englisch. Also, einen Film schneiden, sagt man dazu. Die Bilder so zueinanderzufügen, dass daraus eine Geschichte wird. Verstehen Sie? Ich glaube schon. Mein Mann macht kleine Filme am Computer. Tut er das dann auch Cutten? Naja, also, von der Idee her kann man es vielleicht so sagen, ja. Und Sie haben große Filme gemacht? Ich habe bei Filmen mitgearbeitet, die mir wichtig waren, sagen wir so. Einige waren für das Kino, einige fürs Fernsehen. Und dieser Film in Algerien? Ja, wir haben gefilmt, wie es dort zuging, was dort los war. Wie die Menschen, die wegen des Krieges aus ihrer Heimat geflüchtet sind, in der Wüste zu überleben versucht haben. Es ging uns darum, das zu dokumentieren, damit die Welt davon erfährt. Und? Hat die Welt davon erfahren? Ja, ach, gute Frage, Linda. Die Welt erfährt immer nur, was den Weltmächten nützlich ist. Und dieser Krieg, dieses besetzte Land, diese Menschen in der Wüste, das interessiert auch die Medien nicht. Vor allem nicht in unserer Zeit der weltweiten Völkerwanderungen und Flüchtlingsbewegungen. Es bringt niemandem etwas, sich gegen Marokko zu empören, es anzuprangen. Europa, wie sich's mit dem König dort nicht verderben. Und man fährt doch so gern auf Urlaub hin. Sie werden bei dem Thema ja richtig zornig, Frau Lauber. Ja, weil ich lange nicht mehr darüber gesprochen hab. Mir gefällt, wenn Menschen wegen irgendetwas zornig werden. Die meisten wollen bei allem nur ihre Ruhe haben. Auch junge Leute. Mein Mann hat jüngere Freunde, die wollen sich möglichst über gar nichts aufregen. Die wollen von Politik nichts wissen, von der Welt nichts wissen. Die wollen nur zum Urlaub in die Karibik oder Ayurveda machen in Indien. Die denken überhaupt nur ans Essen, Trinken und Urlaub machen. Ja, und dann ärgern sie sich über Fremde bei uns hier. In deren Länder sie aber gern all-inklusive Hotels buchen. Ja, und in letzter Zeit lästern sie natürlich vor allem über die Flüchtlinge. Wie kommt man dazu, sagen sie, die vielen Ausländer, ja. Das ist es vielleicht gerade noch, worüber sie sich ab und zu aufregen. Und sie? Linda, warum haben sie diesen kritischen Blick auf ihre Freunde und anscheinend ganz andere Ideen? Das frage ich mich auch manchmal. Aber vielleicht wegen meiner ersten Chefin. Vielleicht ist die dran schuld. Ich habe in ihren Salon als Lehrling gearbeitet. Salon Annabelle hat der geheißen und es hat mir gut gefallen dort. Die Chefin hat aber dann den Friseurladen von heute auf morgen aufgegeben. Nur weil sie gewisse pingelige Frauen, Weiber, hat sie immer gesagt, angeblich nicht mehr ausgehalten hat. Was haben die in ihrem kostspieligen Schädel, hat sie geschimpft. Nur Müll. Ich will mit den Haaren auf solchen Strohköpfen auch nichts mehr zu tun haben. Gut, dann schimpft mir. Und sie hat mit mir in der ganzen Zeit viel über Rechtsradikalismus, Konsumzwang und Globalisierung gesprochen. Lauter so Themen. Sie war sicher bei allem nicht sehr genau und hat vielleicht auch zu viel geschimpft. Aber wir zwei haben stundenlang diskutiert über alles. Das war schade, wie sie zugesperrt hat und ich eine andere Lehrstelle habe suchen müssen. Linda trinkt ihr Glas aus. Ähm, darf ich noch eine Dose aus dem Kühlschrank nehmen? Ja. Vielleicht wollen Sie auch noch einen Schluck? Ja, ich will auch noch einen Schluck. Linda holte das Bier und goss die Gläser voll. Beide Frauen tranken. Sie blieben in Gedanken. Es wurde still am Tisch. Aber ihr Patensohn, warum ist der in den Camps? Entschuldigen Sie, ich will ja nicht neugierig sein. Aber Sie sind es. Ja, ich gebe es zu. Also gut. Malut ist jetzt ein erwachsener Mann. Er arbeitet für die Exilregierung, ist dort so etwas ähnliches wie, ja, wie bei uns vielleicht ein Abgeordneter. Er versucht die Bedingungen seiner Landsleute in den Flüchtlingslagern zu verbessern und er hofft sich für die Saharauis nach wie vor eine diplomatische Lösung, um das Land Westsahara wieder zurückzuerhalten. Er lässt seine Hoffnung einfach nie zinken, obwohl alles dagegen spricht. Toll. Also was finden Sie toll? Ich finde toll, wenn jemand die Hoffnung nicht sinken lässt. Ja, das sagt sich so leicht, Linda. Die Hoffnung nicht aufgeben. Trotzdem weiter zu handeln und zu leben, all das. Aber ich habe durch Jahrzehnte die Situation dort beobachtet. Ich habe auch versucht zu helfen. Ich habe mich dieses Kindes angenommen. Ich wollte auch hoffen, unermüdlich hoffen. Aber jetzt habe ich Angst. Ich habe schlicht Angst um Malut. Und der religiöse Fundamentalismus durchsetzt Afrika, Al-Qaida, Boko Haram, Isis. All diese Schrecklichkeiten. Dass etwas davon auch in die Camps eindringen könnte, wurde bislang erfolgreich verhindert. Terroristisch gegen das Königreich Marokko vorzugehen, haben die Saharauis stets kategorisch abgelehnt. Doch die jungen Menschen in den Flüchtlingslagern denken in ihrer Verzweiflung bereits wieder an Krieg mit Marokko. Sie leben ohne jede Zukunftsaussicht. Abgeschottet. Tatenlos. Alles gefährlich. Ich, 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 ich hört's lieb drauf, Linda. Lass es uns nicht mehr davon sprechen, bitte. Es regt mich auf, wie Sie sehen. Tut mir leid. Ich glaube, es ist ordentlich spät geworden. Ich sollte ins Bett. Und wie? Nach diesem Tag. Ich räume hier in der Küche auf, gehen Sie nur. Sie müssen jetzt nicht aufräumen, Linda. Ich schaffe das schon. Keine Widerrede. Linda verließ die Küche. Hinrette erhob sich und verließ die Küche, so heißt das. Außer über dem Küchentisch brannte nirgendwo Licht. Sie tappte durch den dunklen Korridor in ihr Schlafzimmer, das von der Straßenbeleuchtung ein wenig erhellt war. Das Bett frisch zu beziehen war ja zuvor nicht mehr gelungen. Hinrette seufzte nochmals und drehte die Lampe am Nachttisch an. Dann schaffte sie es, das Leintuch straff zu spannen und Kissen und Decken zu überziehen, ohne, dass ein Schwindelgefühl oder Luftmangel sie ereilte. Brav. Sie trat zum offenen Fenster und zog nur den Vorhang zu. Die Nacht war immer noch heiß. Gute Nacht, Frau Lauber. Ich gehe jetzt. Ja, gute Nacht. Und danke für die köstliche Suppe. Und auch für das Bier. Ich werde gut schlafen. Das wünsche ich Ihnen, trotz der Hitze. Ja, ich Ihnen auch. Also dann, bis morgen. Hat sie das wirklich in aller Ruhe so gesagt, bevor sie gegangen ist? Also dann bis morgen? Egal. Sie ist eine nette Person eigentlich. Sie wird sich schon wieder abgewöhnen, mich umsorgen zu wollen. Ich bleibe so, wie ich bin. In meiner Dara lässt es sich bequem schlafen. Mein Bett duftet angenehm frisch. Und die Lampe lösche ich später. Also diese Linda bleibt beharrlich. Sie hat sich ja, das Buch beginnt damit, dass Henriette wirklich einen Zusammenbruch hat. Aber es kommt auch ein Gewitter und das Fenster klappert und diese junge Frau kommt und pumpert und sagt, was ist denn da los? Und fängt jetzt einfach an, sich um ihre alte Nachbarin zu kümmern. Und dass der zu Beginn, wie man gemerkt hat, eher, sie lebt allein, sie ist 80, sie will selbstständig sein. Wir wollen ja alle, solange wir können, selbstständig sein, sage ich da, mit meinen 80 Jahren. Oder? So. Gut. Ich glaube, ich fange da oben an, ja? Ich fange an, bis zur Glocke, ja? Ich sage das dann noch. Also die steht jetzt vor einem Spiegel, die Henriette. Immer noch betrachtete Henriette ihr Gesicht im Spiegel. Sie hatte sich ihm zugeneigt, um aus der Nähe und auch ohne Brille jedes Haar, jede Rune deutlich zu sehen. Wenn ich mich länger anschaue, wird das Bild mir vertrauter. Kann ich dieses alte, faltige Gesicht mehr und mehr als etwas hinnehmen, das zu mir gehört? Und darum geht es wohl. Sich als das zu erkennen, was man ist und nicht an sich vorbeizuschauen. Nicht einer Vorstellung von sich selbst auf den Leim zu gehen, die längst nicht mehr stimmt. Also, die Frau, die mich da ansieht, der Blick forschend, die Lippen schmal vor Aufmerksamkeit, diese Frau, bin eindeutig ich. Nicht, nicht, nicht seufzen, Henriette, es annehmen. Grrrr. Jetzt schon? Linda wollte doch erst gegen sieben Uhr kommen. Oder ist es schon zu spät? Henriette geht durch den Flur und öffnet. Ich... Linda und wieder trägt sie einen Kochtopf vor sich her. Ich weiß, es ist noch nicht zu spät, aber ich habe das Paprikahund schon fertig. Die Karten... Also, das ganze Buch handelt nicht vom Essen. Nur in diesen beiden gewählten Szenen. Und Hunger kriegt sie. Diesmal ist die Paprikahinde. Gut, also... Die Linda kommt da. Ich weiß, es ist noch nicht zu spät, aber ich habe das Paprikahund schon fertig. Die Kartenspieler können sich sehr selber aufwärmen. Und ich dachte mir, dass du vielleicht davon essen möchtest. Da sind sie schon per Du, merkt ihr. Meine Oma war Ungarin. Und im Gegensatz zur Linsensuppe vom Helmut, seiner Großmutter, hat die Meinung mir beigebracht, das beste Paprikahund weit und breit zuzubereiten. Magst du? Toll, eure Großmütter. Da kann man sehen, was für Spuren Großmütter hinterlassen können. Also gut, komm herein. Du meinst, dass man sich nur anhand von Kochrezepten an sie erinnert? Da hast du schon recht. Waren durch die Bank Hausfrauen unsere Omas und wenig darüber hinaus es überliefert. Ich hatte eine Großmutter, die liebte den Sänger Josef Schmidt, der Jude war und in einem Schweizer Internierungslager umkam. Sie hat unaufhörlich dieselben Schallplatten von ihm gespielt. Das waren damals diese sogenannten Schellacks und die haben mit der Zeit fürchterlich gekratzt. Aber sie hat gelauscht und gelauscht, verzückt bis zu ihrem Tod. Deine Oma war eben eine musische Frau. Und das hat sie dir vererbt. Also musisch bin ich nun wirklich nicht geworden. Naja, muss man denn nicht musisch? Also ein Künstler sein, wenn man Filme, wie du das getan hast, für eine Geschichte zusammenschneidet? Man sagt doch Filmkunst, oder? Ja, schon. Vor allem derjenige, der das Drehbuch schreibt und Regie führt, sollte das wohl sein. Ein Künstler oder eine Künstlerin, wenn es ein wirklich guter Film werden soll. Aber das ist nicht an der Tagesordnung. Ich denke, Kunst ist nie an der Tagesordnung. Linda, was für ein gescheiter Satz. Du siehst, ich bin kein völliger Trottel. Das habe ich nie behauptet. Aber gedacht. Doch, liebe Henriette, hast du. Ich spüre immer ziemlich genau, was Menschen so denken. Helmut sagt manchmal, wenn ich irgendetwas ganz einfach ausspreche, weil ich es genau spüre, du bist mir unheimlich. Du hast den sechsten Sinn. Hast du? Ich weiß nicht, ob es der sechste ist, aber ich habe einen Sinn für vieles, dass andere nicht in den Sinn kommt. Essen wir? Ich weiß, es ist noch früh am Abend, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frau Lauber heute noch nichts gegessen hat. Stimmt doch, oder? Stimmt. Und Frau Lauber hat plötzlich auch Hunger. Linda holte Tell aus dem Geschirrschrank. Sie tat es mittlerweile mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre dies ihre eigene Küche. Sie deckte den Tisch, ohne Henriette zu beachten. Auch das Besteck, Papierservietten, einen Salzstreuer. Flink wusste sie alles zu finden. Sogar die alte, blau gemusterte Kachel entdeckte sie. Die ist doch dafür da, den heißen Topf draufzustellen? Ja, ist sie. Ist schön. Ich habe die auf einer Baustelle gestohlen, als in Lissabon reihenweise alte Häuser abgerissen wurden. Warum das denn? Warst du oft in Portugal? Ein paar Mal. Wir haben in Lissabon gedreht und mehrmals in der Landschaft südlich davon. War dein Regisseur Portugiese? Nein, er war gebürtiger Bulgare. Aber diese Stadt und diese Landschaften gefielen ihm. Damals, als wir dort reden, da war Lissabon noch von einem Zauber erfüllt, der später von Fortschritt und Tourismus vor allem weitgehend zerstört wurde. Mirko hat diese Verwandlung emotional sehr hergenommen. Es wurde für ihn zu einem fast persönlichen Verlust. Mirko? Mein Regisseur, wie du ihn nennst, hieß Mirko, Mirko Sarov. Als er mehr und mehr mitbekam, wie man würdevolle alte Häuser verrotten ließ, um sie dann abreißen zu können, wie man eilig die üblichen, glatten, hässlichen Allerweltsbauten an deren Stelle setzte, wollte er nie wieder dorthin. Nie wieder. In sein geliebtes Lissabon. Helmut hat Bekannte, die waren unlängst in Lissabon. Ah ja? Ja, ein Kollege mit seiner Frau. Die waren aber ganz begeistert von dieser Stadt. Ich bin begeistert von deinem Paprikahuhn. Freut mich, wenn es dir schmeckt. Du musst aber auch Fleischstückchen essen, Herr Räte. Ja, natürlich. Nicht nur die Soße. Der Kollege hat angeblich dauernd von Lissabon geredet. Von der Flüßmündung, dem Lokal, der Musik. Dem Helmut ist das bei der Arbeit schon einigermaßen auf die Nerven gegangen. Aber er hat trotzdem gemeint, wir sollten vielleicht auch mal hinfliegen. Es gäbe billige Flüge. Wenn der Räte sah plötzlich Lissabon vor sich liegen, so wie sie es vor der Landung aus dem Flugzeug so oft gesehen hatte, in vielfältigen Lichtstimmungen, strahlend weiß unter Blau und Sonne oder Steinfarben unter einer Wolkendecke, Nachts als Lichtermeer bis hin zu den Kaisch, die Brücke eine dünne Perlenschnur, winzig die beleuchtete Christusstatue am anderen Ufer. Nie mehr. Nie mehr werde ich das sehen. Ist es etwas? Nein, Linda. Nichts ist. Ich denke nur zurück. Ach so. Weißt du, wenn man zum ersten Mal über dem Meer und der Flussmündung landet und dann die Stadt zum ersten Mal erlebt, ist sie sicher auch jetzt sehr schön. Nur, wenn sich verändert hat, was man kannte und liebte, dann tut einem das weh. Weiß Gott ist das so. Dort, wo ich als Kind auf Urlaub war, ist auch alles anders geworden. Da waren wir damals jeden Sommer auf einem Bauernhof. Wunderschön, sag ich dir. Rundherum Wiesen und Obstbäume. Die Stube hab ich so gern gehabt. Mit dem alten Tisch und den Bänken. Es hat so gut gerochen nach Herdfeuer, nach gebratenem Speck oder nach Milchreis mit Zimt. Ich hab das alles, so wie du vorhin gesagt hast, gekannt und geliebt. Jetzt aber steht dort so ein beschissenes Wellnessressort mit Spa, oder wie man den Blödsinn nennt. Ein Hotelkasten, eine riesige Anlage. Ich war nur einmal dort und musste weinen. Nie wieder fahr ich in diese Gegend. Tja, das verstehe ich mehr als gut. Aber du bist noch jung, Linda. Und wirst dir all das, was unsere Zivilisation in Eile neu entwirft, problemlos vertraut machen können. Wenn man aber so alt geworden ist wie ich, da bleibt man am besten zu Hause, wenn man dem Verändern von Vertrautem nicht mehr zusehen kann oder will. Klar, klar, ich weiß, zu allen Zeiten hat sich alles verändert. Ohne Veränderung keine Weiterentwicklung. Ist mir ja alles klar. Aber die Schnelligkeit, die Rasanz, mit der sich in den letzten Jahrzehnten Gegebenheiten und Lebensbedingungen des Menschen gewandelt haben, da komme ich einfach nicht mehr mit. Und vielleicht will ich da auch gar nicht mehr mitkommen. Hättest du jetzt auch Lust auf ein Bier, Linda? Und wie? Linda sprang auf, deutete Henrette sitzen zu bleiben, holte Bier aus dem Kühlschrank, Gläser öffnete mit lautem Zischen eine Dose, goss ein, reichte Henrette das Glas, hob das ihre... Prost! ...auf das Leben! Schön, dass du auf das Leben getrunken hast. Auf was sonst? Wir haben nur das Leben. Naja, aber es gibt doch auch... ...vertraut oder verändert, alt oder neu, ob man mitmacht oder nicht, wie immer man seine Schritte setzt, Linda, wir haben nur das Leben. Und wie siehst du das mit dem lieben Gott? Also von lieb kann nicht die Rede sein, Linda, und einen Gott sehe ich auch nirgendwo. Aber fehlt dir das nicht? An Gott zu glauben? Nein, fehlt mir nicht. Ich bin Agnostiker. Wart bist du? Agnostiker. Ein Agnostiker glaubt an keinen Gott und an kein Jenseits, so wie die Religionen es uns vorgeben. Er schließt aber auch nichts aus. Simpel gesagt, wir werden es schon sehen. Oder eben eher nicht. Ja, und damit kannst du leben, Frau Lauber? So ohne feste Hoffnung? Ohne Trost? Mein Gott, wie rührend und voll das Mitgefühl, sie sich zu mir herbeugt mit großen, traurigen Augen. Und ich tue ihr furchtbar leid, die arme Linda. Ja, ich weiß, wie schwer es ist, sich von einem Gottesbild zu lösen und das zu glauben, man von Kindheit an eingebläut bekam. Bist du katholisch, Linda? Ich gehe nicht oft in die Kirche. Aber ja, schon. Ich muss einfach dran glauben, dass da noch etwas ist nach diesem Leben. Also, ein Gott, ob jetzt lieb oder nicht, aber einer, der einen erwartet und alles gut macht. Ich brauche das. Ja. Wir werden schon glauben, dass wir das brauchen. Weil unser Leben letztlich eine Zumutung ist. Ja, aber doch nicht nur, Henriette. Doch nicht nur eine Zumutung. Überleg mal, Linda. Da kommen wir auf die Welt und das Einzige, wovon wir bald mit tödlicher Sicherheit wissen, ist das Faktum, dass wir sie irgendwann wieder verlassen müssen. Nun steckt im Begriff Zumutung jedoch das Wort Mut. Es braucht eine Menge Mut, Mensch zu sein. Und eigentlich sind wir alle viel mutiger, als es den Anschein hat. Einfach, weil wir alle versuchen, dieses Erdenleben zu meistern. Aber als Hilfe gegen Mutlosigkeit und Furcht wurden eben die Religionen erfunden. Ja, hast du das für dich selbst schon immer so gesehen? Oh nein. Ich war ein gläubiges Mädchen. In meinem Fall vom Judentum. All der Emigranten um uns geprägt und davon überzeugt, dass ein ferner Gott alle meine Schritte im Auge hätte. Die Unsicherheiten der Emigration habe ich als Kind eindringlich mitbekommen. Ich suchte göttlichen Schutz. Aber als meine Eltern mit mir aus England wieder hierher zurückkamen, verlor sich das allmählich. Ich hatte im Gymnasium katholische und evangelische Freundinnen. Zu Hause gab man sich freigeistig. Ich wurde nicht religiös erzogen. Und bald konnte ich weder mit Yahweh noch mit Christus noch mit Mohammed viel anfangen. Ich ging zur Filmschule und traf dort auf überzeugte Atheisten, genauso wie auf Buddhisten, Marxisten, Existenzialisten, ein kunterbuntes Durcheinander von Religionen und Ideologien. Schließlich klingte ich mich aus und beschloss, einfach ein Mensch zu sein. Kann man das so einfach beschließen? Man kann es natürlich nicht einfach beschließen. Und die Sache läuft dann. Aber man kann Schritt für Schritt darauf hinarbeiten. Ja, aber was ist so besonders dran, einfach ein Mensch zu sein? Wir sind doch alle sowieso einfach nur Menschen. Hast recht, Liebda. Lassen wir die Haarspalte rein. Schenkst du mir noch ein bisschen Bier nach? Gern. Soll ich noch eine Dose aus dem Kühlschrank holen? Wenn du noch willst? Ich glaube schon. Dann hör zu. Sie schüttet aus beim Eingießen. Egal. Auf das wir einfach nur Menschen sind. Lieber auf dein herrliches Paprikahuhn, das wir übrigens wegen des Geplappers viel zu wenig gewürdigt haben. Du hast nicht geplappert. Doch. Gerade ich. Du wolltest mir eben klar machen, dass du dich von deinem jüdischen Glauben gelöst hast und von Religionen an und für sich gar nichts hältst. Ich frage mich nur, ob ich das auch könnte. Einfach ein Menschenleben führen, ohne mich zu... Ja? Ohne mich irgendwo anzuhalten. Verstehst du? Ja. Verstehe ich gut. Ist schwer. Ich habe immer geglaubt, dass alle jüdischen Menschen religiös sind. Ich kenne ja nur wenige, aber der Chef vom Helmut ist Jude und der nimmt das sehr genau. Alle ihre Feiertage und Sabbat und Chanukka. Ich höre immer davon, weil die Belegschaft es genau mitbekommt. Und sie haben ihren Chef alle sehr gern. Da ist kein Antisemit dabei. Wie schön. Erlebst du das häufig, dass die Leute sich dir gegenüber antisemitisch verhalten? Nein. Ich kenne ja niemanden mehr, der überhaupt weiß, dass ich jüdisch bin. Und früher beim Film, da spielte das keine Rolle. Ja, aber das jüdische Schicksal... Das war kein Schicksal. Es war ein gigantisches Verbrechen. Aber wie kommst du damit zurecht? Meine Eltern waren nie gläubig. Mein Vater war Wissenschaftler. Meine Mutter hat gemalt. Sie war als Mädchen in der Kunsthochschule. Die beiden konnten emigrieren. Auch die meisten ihrer Verwandten. Der Holocaust hat ihnen familiär niemanden geraubt. Da ist ein bisschen lustige Musik dazu. Das passt nicht ganz zum Thema. Sich nichts draus machen. Und ich vergesse es auch oft. Haben wir es? Also gut. Ich komme zu den Eltern der Henriette zurück. Die beiden konnten emigrieren. Auch die meisten ihrer Verwandten... Der Holocaust hat ihnen familiär niemanden geraubt. Ihnen jedoch die Lebenskraft gebrochen. Wir kehrten zurück. Aber meine Eltern blieben irgendwie... Sie konnten nach allem, was geschehen war, auch sich selbst und ihr eigenes Leben nicht mehr fassen. Aber trotzdem haben sie nie in religiöser Geborgenheit Zuflucht gesucht. Sie blieben überzeugte Atheisten und Einzelgänger. Sie hielten sich auch von Aktivitäten der hiesigen jüdischen Gemeinde weitgehend fern. Sie hielten nur aneinander fest. Und das bis zu ihrem Tod. Und wie radikal sie das tat. Wie sie die eigene Tochter aus dieser Umklammerung ausschlossen, ohne je wahrzunehmen, dass da ein Kind neben ihnen litt. Dass dieses Kind vorerst dachte, ein Gott, von dem die Eltern nie sprachen, würde ihm helfen, weil doch ein lieber Gott den anderen Kindern rundum zu helfen schien. Und wie dieses Kind später erwachsen werdend, die Erfindung Gott abstreifte und sich den Erfindungen des Kinos verschrieb. Sie waren grausam, meine Eltern. Obwohl sie alles für mich taten. Sie versäumten nichts, außer mich zu lieben. Hallo? Ja? Wo warst du denn jetzt? Bezweih, noch bei meinen Eltern. Verstehe ich. Ich muss dir etwas sagen, Henriette. Was denn? Na sag schon. Was ist es denn? Ich glaube... Nein, ich weiß es ziemlich genau. Meine Großeltern waren Nazis. Linda, waren doch alle. Aber ich glaube, sie waren echt böse Nazis. Woher heißt du das? Wie ich klein war, hat mein Vater immer gesagt, ich soll in der Schule oder beim Spielen nie den Namen vom Opa sagen. Oder wie die Mama früher geheißen hat. Ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat herumgeredet, das sei kein schöner Name oder so. Erst als ich älter war, hat er mir erklärt, dass der Opa angeklagt war nach dem Krieg bei den Nürnberger Prozessen und nur knapp nicht aufgehängt worden ist. Aha. Ich möchte diesen Namen am liebsten auch nicht sagen. Dann lass es, Linda. Ich möchte ihn, glaube ich, am liebsten auch nicht hören. Linda schob Henriette die geöffneten Hände entgegen. Henriette legte die ihren hinein und beide hielten aneinander fest. Dieser Knäuel aus Händen, ihre jungen glatten und meine faltigen, mit Flecken übersäten Hände. Sieht seltsam aus, hier, vor mir auf dem Tisch. Seltsam, aber versöhnlich. Dabei habe ich diesen Opa recht gern gehabt. Er war immer still, aber die Oma nicht. Sie war dauernd vorwurfsvoll, hat über alles geschimpft und immer gesagt, dass das für sie früher eben ein anderes Leben war unter den Nazis. Wenn mein Vater sowas gehört hat, war der teufellos. Er hat gebrüllt und wie wild mit der Oma über die Nazizeit gestritten. Der Opa ist dabei immer schweigend aus dem Zimmer gegangen. Wir waren nicht oft bei den Großeltern. Meist sogar hat meine Mutter die beiden allein besucht. Dein Vater ist zu sehr Antifaschist, hat sie zu mir gesagt. Aber es sind schließlich meine Eltern. Tja, überall diese Spuren, das hört nie auf. Aber es hat doch aufgehört. Wir leben doch ganz anders. Du lebst ganz anders, glücklicherweise. Hattest wohl einen Vater, der Anstand besaß. Und in deinem Freundeskreis gibt es nur das übliche Quantum Ausländerfeindlichkeit. Aber der Teufel schläft nicht, Linda. Im verblödeten Wohlstandsbürgertum ebenso wie weltweit in Armut und Unbildung lauert er. Der Teufel, Henriette? Das sagst du? Nur als Bild, Linda, nur als Bild. Und nicht ausholen zu müssen. Schenkst du uns noch Bier nach? Gute Idee. Auf uns. Auf uns. Also gut. Auf uns. Wie überaus freundlich sie zu mir her lächelt. Auf uns, habe ich gesagt. Wer sind denn wir? Wir beide. Da sitzt meine Frau gegenüber, die ich erst seit zwei Tagen kenne, mit der ich davor nichts zu tun hatte, die jetzt aber bereits in meiner Küche herumwirtschaftet und dort besser Bescheid weiß als ich, mit der ich mittlerweile aber auch, es darf nicht wahr sein, über Agnostik, Judentum, meine Biografie gesprochen habe, über Themen also, die ich seit langem mit keiner Menschenseele mehr erörtert habe. Nur Malut war mir immer wieder Gesprächspartner, als er älter wurde. Aber ihn sehe ich nur so selten. Und sein letzter Besuch liegt ewig zurück. Du bist müd, Henriette, oder? Meinst du? Ja, ich bin müd. Ich seh's dir an. Besser, ich geh jetzt wieder. Lass mich nur noch rasch alles wegräumen und keine Widerrede, bitte. Wie geschickt du bist, Linda. Ich bin nur eine gewöhnliche Hausfrau mit Training. Wie meine Großmütter eben. Apropos, nur eine Frage. Deine Nazi-Oma, war sie die Ungarin? Ja, war sie. Aber ganz jung hat sie den Opa geheiratet. Die beiden waren dann in München bis, naja, bis er aus dem Gefängnis gekommen ist. Dann sind sie hierher gezogen. Sie sind beide schon lange tot. Ich war noch in der Schule, als sie gestorben sind. Und trotzdem kannst du dieses prima Paprikahuhn zubereiten? Natürlich hat meine Mutter das Rezept übernommen. Aber auch ich hab sehr früh kochen gelernt. Schon als Kind. Warum das denn? Meine Eltern waren ganztägig bei der Arbeit. Ich war nach der Schule allein zu Hause und bald hab ich damit begonnen, abends was zu kochen. Ich hab den Tisch gedeckt und so. Wenn sie gekommen sind, mussten sie sich nur noch die Hände waschen und konnten sich gleich was essen setzen. Haben sie das von dir verlangt? Weiß ich nicht. Das musst du doch wissen. Ja, es war ganz einfach so. Sie haben mich zu nichts gezwungen. Sie war nicht böse oder streng. Es wurde zu meiner Pflicht. Ohne dass ich jetzt noch weiß, wie und warum. Wir hatten sehr wenig Geld. Beide Eltern haben geschuftet und nicht viel verdient. Meine Mutter hat fabelhaft gekocht. Und ich war sehr gelehrig. Vielleicht, vielleicht war es das. Außerdem hab ich es nie ungern getan. Eigentlich lieber, als später in den Haaren fremder Frauen herum zu verwerken. Was ich gern getan hätte, das wäre, ins Gymnasium zu gehen und etwas Tolles lernen zu dürfen. War aber nicht. Das tut mir leid, Linda. Schau nicht so, Henriette. Ich lebe trotzdem ganz gut. Und ich bin auch nicht total blöd geblieben. Dieses Thema regt mich sofort auf. Wie unsagbar viele Mädchen und Frauen auf Erden haben den Wunsch nach Bildung und dürfen ihm nicht folgen. Dürfen nicht einmal lesen und schreiben lernen. Mir tut es einfach leid, Linda, dass dir das auch hier bei uns nicht möglich war, dieser Sehnsucht zu folgen. Eben, weil du nicht nur nicht total blöd, sondern eine sehr kluge Person bist. Wow. Du hältst mich echt für sehr gut, Frau Lauber. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Henriette erhob sich jetzt vom Tisch. Ihre Knie schien dann plötzlich nachzugeben. Sie war gezwungen, sich abzustützen. Ich gehöre auf das Sofa oder ins Bett. Und ich sollte auch noch alle Rouleaus hochziehen, damit Luft in die Räume kommt. Mir ist heiß. Soll ich dir nicht in allen Zimmern Licht machen? Nein. Du gehst jetzt zu deinen Kartenspielern hinüber. Vielleicht gehe ich lieber doch noch ins Kino. Was willst du dir denn ansehen? Weiß ich noch nicht. Grand Budapest Hotel läuft im Kinocenter. Das soll ein guter Film sein. Schade, dass du nicht mit mir kommst. Ja, das soll ein guter Film sein. Ein andermal vielleicht. Henriette ging von der Küche aus in den Flur. Es war mittlerweile tatsächlich dunkel geworden. Wie spät ist es wohl? Linda trat den Topf in beiden Händen in das heller leuchtete Stiegenhaus und wandte sich dort nochmals zu ihr um. Es war schön bei dir. Und ich bin sehr froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ist gut. Jetzt aber gute Nacht. Gute Nacht. Und bis morgen. Als Henriette ihre Wohnungstür geschlossen hatte, lehnte sie sich von innen dagegen, als bräuchte sie Halt. War das alles zu viel? Zu viel des Guten? Zu viel Nähe? Wird mir diese Bekanntschaft zur Last werden? Seltsam ist das mit der Einsamkeit im Alter. Man sehnt sich manchmal aus ihr fort und kann doch nicht von ihr lassen. Behütet sie wie einen Schatz. Henriette ging in ihr Schlafzimmer und zog das Olo hoch. Von der Straße strömte warme Nachtluft herein, die kaum erfrischte und ein wenig nach Staub und Benzin roch. Ohne Licht zu machen, legte sich Henriette auf ihr Bett. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.